Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Windows 10 bzw. 11. Wenn Sie Windows 10 oder 11 installieren, dann ist der Microsoft-eigene Edge-Browser als Standard eingestellt. Und am liebsten hätte es Microsoft, wenn das auch so bleiben würde. Daraus ist mittlerweile ein echter Browser-Krieg entstanden. Microsoft macht die Umstellung auf einen neuen Standard-Browser immer komplizierter, sodass sie schon fast zur Schikane wird. Dazu kommt, dass man mit der Einrichtung eines neuen Standard-Browsers den Edge immer noch nicht ganz loswirkt, denn Microsoft unterscheidet zwischen Standard- und System-Browser. Auch wenn man den Standard-Browser umstellt, bleibt der Edge immer noch als System-Browser. Das heißt, bei den Widgets, Such- und Wetterergebnissen öffnet weiter der Edge-Browser. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Edge-Browser von Microsoft komplett, also auch den System-Browser, durch einen Browser Ihrer Wahl ersetzen können. So, wir befinden uns hier in einer Windows-10-Installation. Und wir schauen mal, wie das hier im Moment aussieht mit dem Standard-Browser. Sie sehen, hier haben Sie überall die Symbole vom Edge. Das heißt also, der Edge-Browser ist hier der Standard-Browser. Wenn Sie also hier irgendetwas öffnen, dann haben Sie immer hier den Edge-Browser. So, nun wollen wir hier den Standard-Browser mal umstellen und wir wollen mal den Google Chrome als Standard-Browser einstellen. Dazu suche ich mir hier die Standard-Apps. Findet man auch in den System-Einstellungen. Ich suche es immer über die Suche. Und dann haben Sie ja hier den Web-Browser Microsoft Edge. Und den stellen wir einfach um auf den bereits installierten Chrome oder Firefox, was auch immer Sie mögen. Unter Windows 10 ist das noch relativ einfach. Sie sehen hier, die Symbole haben sich entsprechend geändert. Es ist alles Google Chrome. Außer, wenn Sie zum Beispiel hier in die Widgets gehen, klicken Sie hier einen Link an. Es öffnet sich weiter der Edge. Ja, und so ist das in anderen Bereichen auch. Und wir wollen mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, den Edge grundsätzlich zu ersetzen. Vorher schauen wir aber noch mal in eine Windows-11-Installation. Die haben wir hier. Und auch hier suche ich mal nach den Standard-Apps. Denn da sieht das Ganze noch etwas komplizierter aus, da hat Microsoft die Hürden etwas höher gemacht. So, wenn wir hier zum Beispiel mal nach Edge suchen und finden hier Microsoft Edge, Sie sehen, dann müssen Sie hier den Standard-Browser für jeden Dateityp einstellen. Ich habe es hier bei einigen schon gemacht. Aber Sie müssen es hier im Prinzip grundsätzlich bei allen Dateitypen hier umstellen, wenn Sie den Standard-Browser in allen Bereichen durch einen Browser Ihrer Wahl ersetzen wollen. Aber wie gesagt, was immer noch übrig bleibt, sind dann Widgets, Wetter und so weiter. Die werden immer noch durch den Edge abgedeckt. Wie können wir nun auch den Edge im System-Browser-Bereich ändern? Dazu gibt es ein kleines Tool. Das kann man sich bei GitHub runterladen. Den Link schreibe ich Ihnen in den zugehörigen Blog-Beitrag. Den Link zum Blog-Beitrag finden Sie wie immer unter dem Video. Da gibt es also hier ein entsprechendes Tool. Das kann man sich downloaden. Und wenn man das installiert, dann wird auch der System-Browser durch den Browser Ihrer Wahl, den Sie als Standard-Browser eingestellt haben, ersetzt. Weil die Edge-Aufrufe werden dann automatisch auf Ihren Standard-Browser umgeleitet. So, ich habe mir das schon mal downgeloadet. Und da haben wir das MS Edge Redirect Tool. Das öffnen wir mal. Bestätigen die Lizenz. Und hier haben Sie verschiedene Installationsmodi. Dann nehmen Sie hier den empfohlenen Active Mode. Klicken auf Next. Und hier aktivieren Sie alle Optionen, denn Sie wollen den Edge ja grundsätzlich ersetzen. Und sagen dann installieren. Das Tool installiert sich jetzt und wird automatisch beim Systemstart mit gestartet. Entscheidend ist jetzt mal, wie das Ganze aussieht, zum Beispiel hier in den Widgets. Denn da ist ja immer der System-Browser aufgerufen worden, also der Edge. Da klicken wir also jetzt mal irgendeinen Link hier an. Und dann klicken wir jetzt mal irgendeinen Link hier an. Ja, und wie Sie sehen, öffnet sich jetzt auch hier der Chrome.